Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin hier so ein kleiner, ja, Heidepark, Hansapark. Wie ihr das so kennt, diese Dreizeitpark ist halt eine Karussell, wo sie nicht so riesengroß, inklusive Aquapark drin oder Aquapark und draußen. Okay, na gut. Ich würde jetzt auch sagen, ich beende jetzt das Video. Ich glaube, das wird auch wieder ein ultra langes Video. Ich habe, also übrigens, achso, heute ist wieder, heute ist Dienstag, der dritte, neunte, es ist 12.01 Uhr. Gestern hat sich ja die Küche mit euch gemacht, da ist aber, erst war der Akku leer. Habe ich aber noch rechtzeitig gesehen, habe ich gewechselt. Ähm. Und dann war die Speicherkarte voll. Das habe ich aber nicht gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, was noch aufgenommen worden ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, ja nicht mehr weiter gefilmt. Und jetzt dachte ich, jetzt mache ich mit euch weiter. Ich habe jetzt die Akkus, äh, oder beziehungsweise wechsel, ne, lade, habe das, den Akku, den Akku geladen, jetzt lade ich das andere und so weiter. Weil der ist auch schon wieder leer. Äh, ja, na gut. Dann würde ich sagen, ich beende jetzt das Video. Ähm. Moment. Und, wie gesagt, es wird wahrscheinlich wieder ein sehr langes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben da, einen Kommentar und vielleicht sogar ein Abo. Ich habe gesehen, ich habe, ich glaube, drei oder vier neue Zuschauer bekommen. Danke, 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 danke. Das, das hat mich so überrascht, weil es auf einmal vier neue auf einmal kamen. Also, die kamen fast hintereinander und, äh, ja, genau. Also, da danke ich euch nochmal echt. Das ist so ein schönes Gefühl. Und, genau. Aber, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und aktiviert auch gerne die Glocke, dann werde ich die ja immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder was auch immer. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und bis dann. Tschüss. Und mit besserem Ton.